Hallo zu diesem Video, in dem ich dir den Online-Kurs der Dogtisch Academy vorstellen möchte. In diesem Kurs geht es um die Rohfütterung von Hunden, das sogenannte Barfen. Alles, was du dazu wissen musst, soll dir in diesem Kurs näher gebracht werden. Ich befinde mich hier im Mitgliederbereich der Dogtisch Academy und möchte dir einfach einen kurzen Einblick geben, wie dieser Kurs hier aufgebaut ist und was du davon erwarten kannst. Insgesamt gibt es drei Module, die Grundlagen, die Umsetzung und die Vorbereitung. In jedem Modul gibt es mehrere Videos, die zwischen wenigen Minuten und bis zu 40 Minuten lang sind. Wir schauen einfach mal hier in das erste Modul rein. In diesem ersten Modul stellt sich Paulina, die Kursleiterin, vor. Sie ist selbstdiplomierte Tierernährungsberaterin und kennt sich in dem Bereich dementsprechend gut aus. Das ganze erste Modul zeigt dir eigentlich erstmal ausführlich die Grundlagen, also welche Nahrungskomponenten wie wirken, wie man sie verwendet und warum. Ja, besonders gut finde ich vor allem, natürlich nachdem es hier wirklich ausführlich ist, besonders gut finde ich hier unten diese Kommentarfunktion unter jedem Modul und hier schreiben die Teilnehmer ihre Fragen ein, welche dann direkt von Paulina beantwortet werden. Ja, das zweite Modul wird dann schon konkreter. Hier ist einmal so ein relativ langes Video. Hier geht es vor allem um den Futterplan und wie du ihn berechnest, denn jeder Hund ist ja anders und braucht auch andere Mengen. Und hier werden dir in einem ausführlichen Video konkrete Berechnungsformeln dargelegt und dann hier nochmal einzeln wird darauf eingegangen, was mit Welpen ist oder mit älteren Hunden. Im dritten Modul geht es darum, wie du Barf in den Alltag integrierst und was du nicht machen solltest. Und außerdem werden dir verschiedene Rezepte hier zum Download und Nachmachen angeboten. Wir können ja einmal einen kurzen Blick hier reinwerfen. Ich habe es schon mal downgeloadet. So sieht dann ein Rezept aus und so könnte dann der Futternapf deines Hundes demnächst aussehen, wenn du dieses Rezept nachmachst. Ja, den gesamten Kurs kann man auch als Skript downloaden. Außerdem erhältst du eine offizielle Teilnahmebestätigung und Zugang zu einer Facebook-Gruppe, in der du dich austauschen kannst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kurzen Einblick in diesen Kurs geben und sage ciao und bis zum nächsten Mal.